Bei diesem Beispiel musste man vielleicht wieder ein bisschen überlegen. Also schauen wir uns das mal an. Da steht, gegeben ist ein Gleichungssystem aus zwei linearen Gleichungen in den Variablen x und y. Gut, das heißt, jede von diesen Gleichungen stellt ja auch eine Gerade dar. Und jetzt schauen wir mal, da steht, ermitteln Sie diejenigen Werte für b und für c, für die das Gleichungssystem unendlich viele Lösungen hat. Unendlich viele Lösungen gibt es beim Schnittpunkt zweier Geraden, wenn sie komplett identisch sind. Ist ja auch klar. Wenn die Geraden einmal nicht parallel sind, dann haben wir in jedem Fall nur einen Schnittpunkt. Also sicher nicht unendlich viele. Das heißt, das kann es ganz sicher nicht sein. Also Sie müssen mal parallel sein. Wenn Sie einen Abstand zueinander haben und parallel sind, schneiden Sie sich nie, dann gibt es gar keinen Schnittpunkt. Und nur wenn Sie komplett identisch sind, so wie hier, haben Sie unendlich viele Schnittpunkte. Aber identisch sind Sie ja nur dann, wenn oben und unten dieselbe Gleichung steht. Oder ein exaktes Vielfaches, dann ist es ja auch dieselbe Gleichung in Wirklichkeit mathematisch gesehen. Na gut, jetzt schauen wir mal an. Wir haben nur die Zahlen bei x gegeben. Das bedeutet, oben steht 2x, unten steht 3x. Wenn das jetzt ein Vielfaches sein soll, also zum Beispiel die untere Gleichung komplett ein Vielfaches der oberen und nur dann sind Sie ja identisch, wenn Sie die identischen Zahlen haben oder alles ein Vielfaches ist, dann muss ich mir überlegen, womit muss ich denn 2 multiplizieren, um auf 3 zu kommen. Das heißt, 2 mal wie viel ist 3? Und wenn man da ein bisschen überlegt, oder man kann sich es ja auch als Gleichung aufschreiben, 2 mal k ist gleich 3 und sich dann das k ausrechnen, da kommt man drauf, das ist das 1,5-Fache. Also ich muss alles mal 1,5 rechnen, weil 2 mal 1,5 ist 3. Na ja, dann ist aber 3 mal 1,5 4,5, also hier kommt 4,5 hin und 7 mal 1,5 ist 10,5. Da kommt 10,5 hin und ich bin wieder fertig.